Nein, höher, so wie ich... Jetzt bin ich gekommen. Einmal kurz ein Taucher geworden, ich sag's dir. Darf ich in deine DMs eintauchen? Also ich hab ihr jetzt meine Füße gezeigt. Willst du mir jetzt da... Oh ja, okay, was? Soll ich mal meine Haare schneiden? Wir gehen ja fast zu deinem P***es. Ja. Ich auch, ich seh euch nicht. Warum siehst du uns jetzt nicht? Trag mich nicht. Jetzt seid ihr schwarz. Jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr Asiaten. Wärst du ein Minecraft-Schwert, dann hättest du Schärfe 5. Ey, immer wenn ich Alkohol trinke, zieh ich mich immer aus. Boah, lass mal zusammen Alkohol trinken. Boah, hätte ich ein Mikrofon. Ich hätte sonst bedürftet, kann ich so... Yo, yo, ich hab das jeden Tag. Hockey? Ist das geil? Beim Rewe schmecken wohl noch Plastik. Aber ja, ich weiß nicht. Ist mir immer zu wenig im Mund. Weißt du, ich steh immer so auf, so... Ich bin schon so oft in YouTube-Videos vorgekommen, das ist Rippel, ne? Bei dir gibt's auch viel zu seh... Also, so... Ähm... Ähm... Meine Augen sind hier oben, mein Freund. Ey, hey. Ich schwöre, meine Rippen sind geprellt. Ich muss die ganze Zeit lachen, es tut so weh, ne? Kannst du nicht atmen? Ja, ich war beim Arzt. Nein, ich hab mir die geprellt, weil ich so viel gehustet hab. Und stöhnen. Wie heißt du auf YouTube? Kleiner Thorsten. Wirklich? Der ist inspiriert von meinem kleinen Thorsten. Bist du in alle Mädchen verliebt, die du hier direkt auf Oma triffst? Nö, nur in dich. Jetzt Maul, Digga. Dislikes wirst du bekommen wegen mir, hat er gesagt. Warte, ich kann meine Tricks sagen, dann kriegst du wieder mehr Likes. Äh... Warte, yo, yo. Oh, ich hab voll auf mein Mikrofon gerottet. Ich kann's ablecken, meine Wünsche. Oh, Bro, warte. Jetzt hab ich einen harten. Oh, warte, was? Ich auch. War da eine Girl in deinem Discord? Ich hab fünf jetzt drinnen sogar. Sorry, dass du so ein Macher bist. Denk ja, mach ich, bin wie gesagt schwul. Ey, das war nur ein kleiner Scherz, weißt du, so unter Freunden. Ich durfte mich eine Zeit lang bei den Mädchen in der Umkleidung mit umziehen in der Schule. Ich bin schwul. War's schon immer. Sieht man ihm auch an. Deine Kamera ist grad mies verpixelt. Du erliebt das grad an Oma. Du siehst aus wie Minecraft gerade. Du siehst aus wie Minecraft, aber mit einem geilen Shader drauf. Oh nein, das bist ja du. Hast du auch Tourette? Ich hab kein Tourette. Ich hab grad einen Ständer. Vielleicht auch. Single? Yo, 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 yo. Hast du grad deinen fahren lassen? Ja, so einen richtig Fetten in dein Gesicht. Okay. Wie alt bist du? 18. Okay, na dann. Also hier hab ich auch noch ein Kreuz. Hier auch noch. ich kann nicht nageln aber nicht ans kreuz der war doch romantisch du und ich nackt ich hab das selbe und ich hab keine freunde ich will einmal nach japan um die ganzen das kam jetzt aus den tiefen meiner gedanken wenn ich ein bottle flip lande krieg ich dann die nummer von deiner ma ja ich würde die jetzt gleich eigentlich auf instagram schauen ich kann mich immer noch daran erinnern wie sich das angefühlt habe als ich mich mal eingeschissen habe kannst du auch relaten ja ja das ist halt auch schon wieder ein monat her das geht so schnell hast du eine freundin ich stehe ja so auf transen aber ich schicke dir kein bild will ich von dir auch gar nicht ja okay und meinen arsch vielleicht geht das nicht auch nicht okay würde ich dir aber anbieten ja und sonst so was geht bei euch nix warum hast du so gestöhnt jetzt auch gut ja ich sage so wie ich hab genau dasselbe hemd von mir ja okay ich hab doch nicht dasselbe hemd ich will aber mein ada ada ist besser als mein uwu was ist denn ada ada ist das ein käse ada ada aber es ist scheiße weil ich krank bin hast du halsschmerzen weißt du was ja mach mal so ein richtig geiles als ob du gleich kommst jetzt bin ich gekommen okay warte 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 okay glaubst du ein porno-pulli wird mir auch stehen ja porno-punterwäsche bestimmt auch ja die ist geil naja dann können wir partner durchmachen wäre schon cool warte mal du hast ja auch ich gucke wirklich keine porno sie hat ne macke hat die ich auch nicht ich mache es lieber in echt anstatt mir das anzugucken na dann mal mit dem bild gemalt ne aber mit meinen fikarien füße oh geil ach wie dreckig die sind alter ja zeig mal deine socken sind die sauberer schwarzen ja ich hab mich schon gefreut mann warum schickst du mich in die halle 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 und dann zusammen okay geil und jetzt ein backflip ich schaue meine titten raus dann jetzt ein backflip was für ein rank bin ich? silber 2 ich bin unranked ich soll mich einranken in nebelo ich bin dogshit aber ich könnte deine krippen einranken beim geschlechts ajo people sonst kann ich dir wirklich düsseldorf zum feiern empfehlen chill meistens eh bei kollegen hauspartys sind eh die besten ne ne wir machen immer pippefechten bei mir auf dem discord deepfroaten alle ihr mikrofons das ist so ne art hobby ich hobby-shame nicht ich body-shame aber NEIN was denn hast du screenshot verkackt ja völlig windows hast du zu früh ge- ok jetzt muss ich screenshot richtig teilen soll ich dir mal was schönes schicken niklas ju gerne ok warte nein auf dem bild habe ich mein zuhälter lächeln aufgesetzt boah kennst du diese leute die wenn die sie so getrunken haben so einfach zu anderen menschen werden die dann so dauerhorny sind und so ach so bist du schon ohne alkohol du musst dafür alkohol trinken na hä hab ich nicht gesagt du bist auch dauerhorny hey ja warte schöne kette warte warum lacht ihr eh ich hab ihr doch nur ein kompliment gemacht danke jo warum lacht ihr was sind denn das für jalousien das hier das ist ein chinesischer kalender die sind da ne die habe ich geklaut aus dem china das ist schon mal kurz auf also kurz auf aus ok warte ey jo jo warte kannst du es nochmal machen warte ach warte auch das vor warte Bis zum nächsten Mal.